Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Und wir wollen in die Mine. Toll. Leben vom Land. Oh stimmt, wir brauchen ordentlich... Ja, wir haben 480, das reicht für die Pavia. Ist halt hier... Oh, Honig, Feenrose. Oh Gott. Ich hab die Sense ausgepackt. Hauf damit. Alter. Was packe ich deine Mutter aus? Hä, eine Weintraube fertig? Was ist denn da los? Ja, irgendwie ist die eine... Ja, was machst du denn da mit dem Schwert, ey? Ich weiß nicht, der sammelt aber auch gleich... Wenn du einfach rechtsklicken auf... Wie heißt das? Ja, rechtsklicken. Hau da mit dem Schwert drauf, als wenn Krieg wär. Aber es geht beides. Na ja. Denk rein Preisebären hier unten rein, die normalen. Achso, hab ich jetzt nicht gemacht. Alter, wieso ist denn nichts an den Dingern drin? Hm? Die waren nicht am Arbeiten? Ne, das ist ein Ding. Oh, Entschuldigung, das kann nicht gewesen sein. Sorry. Also wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 10 neue Sachen. Aber butcheln wir noch was hin. Eigentlich müssen wir von die... Also gerade von den Blaubeeren, von den Brombeeren und den Preisebären... äh... ... die Hälfte bis drei Viertel davon, äh, mal verkaufen. Quatsch nicht, das können wir immer pushen, 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 fertig. Ja, das ist so viel... Ja, dann haben wir 15 von den Dingern. Das ist nur gute Einnahme. Ah, die Blüten sind gewachsen. Na ja, Hühnerchen. Mach jetzt auf, Keir, du Fotzeuge. Direkt erst mal stoppen. Ich muss endlich mal Ab... Alter. Abigil quatschen. Und da noch, ab in die Mine. Wo sitzen wir der Fotze, Abigail? Ihr einen Stein geben. Ich habe wieder steiniges Gesicht, aber da hast du so eine Narbe wie Harry Potter, halt. Aber richtig, Alter. Trockn, trocken gegen den Kopf, halt. Äääbbyggel! Nein, wo ist denn die Verkaufsfotzel, Alter? Äh, Abigail ist nicht da. Äh... Ja, Mann, muss der Pappe einen Dildo schenken, ey. Level 85 Es regnet Und Abigail hängt Oh, vielleicht kriege ich jetzt das Event Von Abigail Kannst du mir aus auch eine Kopfnuss kriegen Von Abigail Da musst du aber die Klappe halten Unbedingt die Klappe halten Bitte Nein, schade Korinär Abigail hier Wo bist du denn? In der Level 85 Korinär Abigail Heute ist Imba-Schwerde Es gibt noch viele, viele stärkere Schwerde Ich weiß Kein Volt hier Wir haben ja heute auch kein Glück, Alter Wieso gehen wir Mann, wieso ist Regen Der einzige Tag Regen Im scheiß ganzen verfickten Herbst Weißt du Und die sagt, wir haben kein Glück Wir haben Zeit Und wir haben Energie Eine Magma-Magie Jawohl Mist Ich hab Ja 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 Runden irgendwo War gut Alter Ich hab schon die Hälfte Meines Lebens verloren Weil dieses Fickvieh Oh Den hab ich gerade erst gar nicht gesehen gehabt Geil Da hab ich mir hier mein Gold klaut, Alter Ich fiebe nicht langsam Wegen dem Viech Ja Das ist dein Gold Ich wollte er jetzt auf nem Stein, ne? Hm Geil Das müssen wir wieder hüben Das ist heute nicht so schön Ja Ja Das ist halt echt Beschiss, Alter Ja Wie er sich erstmal was reinsnackt Ich hab ihn Oben rechts Alter, wie weit bist du denn gelaufen? Ach, da hin Boah Das war Vergewaltigung Komma Komm runter Noch einer Boah, das riecht dir nach Blumen, Alter Wir sind draußen duften, ey Ja Ich hab das Gefühl Die Scheiß Das riecht wie die Hölle, Alter Richtig krass Ja, hier, 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 wenn du rausgehst, kommt dir echt so ein riesen Blumenduft entgegen, ey Das ist riesen Blumenduft Übel, Alter Das ist aber voll schön Ja, ja, aber Alter, der ist ja hier in der Blumen Oh, da ist der Eingang schon Ach ja, stimmt Eingang Der war aber schon offen Auah Was? Äh Hart Holz Ich find das aber schön mit dem Blumen Hart am Holzen Na gut, für einen EGGK ist das nicht so gut Oh, zwei Eingänge hier Oh, nice Oh, ich bin fast tot Boah, Alter Wow Ob sie die Ahn schneiden, okay Ich bin sowas von Oh, gut Das hier Ende ist Ich Warum bin ich fast tot? Ich darf nicht weitergehen, weil sonst krepier ich Hast du die jetzt aufgenommen, oder? Ja, 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 da Hm Voller Back Wenn du sagst dir, dass du fertig bist, dann müssen wir nach oben Das ist voll doof, ey Ich krieg hier so viel eingeschenkt Ja, Alter, weil du einfach echt extremst kacke bist, weißt du das eigentlich, ey? Schnauze, Schnauze, das ist einfach laggy manchmal Deine Mutter ist laggy, Alter Ach, das ist laggy Warte, Alter macht laggy Spaghetti Spaghetti hier Was denn? Ich will das mal wieder auf eine Länge hier bringen, weil das kommt schon wieder gefährlich nahe Ich hab nur noch sechs Leben Ich sag ja, du kannst nichts Schnauze Nein, aber Da kannst du Eier machen Schnauze Oh, keine Eier abgegeben Schnauze Da hast du die schon gesammelt gehabt Ja Mittlerweile Guck ich jetzt jeden Tag Bisschen Aholensirup Ich achte mal hier in unserem Teich Wir haben 480 Heubeilen, das reicht völlig Ja Fotzi Fotzi ist am Arbeiten Schön im Regen, nein Hämmerd auf der Stelle Kling, kling Kling, kling So Ari da Was haben wir denn alles hier? Wir haben das einmal Wir haben das einmal Das einmal 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 Jetzt erstmal eine Wurstfresse Aber so direkt, ne? Ohne Umwege und ohne Wenn und Aber Das wird einfach in die Fresse gewirkt Das hast du Gold drin? Ja, da machen wir Ich wollte dich auch gerade machen Ich hab mich 25 Das heißt 5 Barren wieder Ja, richtig geil Ach, du hast noch 25 Wo sollen die drinnen? Oh, geil Ich hab noch 25 Ineventar, ja Das heißt wir können wieder ordentlich Sprinkler bauen Das heißt für das nächste Jahr Da haben wir definitiv gut Also können wir ordentlich was machen Hm Das stimmt Und ich glaub wir können ja immer wieder durchlaufen Wir kriegen immer wieder ein Gold So, was machst du eigentlich, Alter? Angeln Das hört sich hier an Als wenn du, wie heißt das, hier vorhin abwiedelst Ja, ne? Ich fische Müll In dem kleinen See gibt's doch hier auch Müll, oder? Ja, aber hier in den größeren See findest du mehr Wow Oh, Cola Oh, ich auch gerade Geil Zwei Geschenke Ah, ne Cola Ich seh aus jetzt wie gerade wie so'n So'n hier Exhibitionist, weißt du Der seinen Dödel hier zeigen will So seh ich gerade aus Von der Seite Mit so'n Mantel Und dem Hut anlassen Wie extrem detailverliebt Übrigens auch das Gesicht zu sehen Das sieht so cool aus Ich mag das Spiel voll Lieber ein bisschen das kleinste Detail Oh, schon Igel Extra Blatt Extra Blatt Das ist, äh, 21, 31 Extra Blatt Ja, warte Äh, warte, komm schon Da Extra Blatt Schnell nochmal drei Wie heißt das hier? Golderze reingemacht Oh, wenn man Erze trägt, dann kann man nicht ins Bett gehen, ne? Hm? Nicht nur, wenn man Erze Kriegerring Okay Und bis zu Level 8 kämpfen, oder was? Ne, 4 Ach ja, 4, genau Wunderschöner, sonniger Tag im Herbst Echt zum Kotzen, ey Und wir haben heute viel Glück Ja Benötischt Ein Kürbis Caroline will einen Kürbis Oh, das ist sogar perfekt für mich Wollen wir, wollen wir Ich glaube nämlich Ja, die Caroline will einen Kürbis, ja Oh Immer Kürbisse noch Immer keine Kürbisse Da hast du einen Hast du auch keinen? Ey, ich trage nämlich die ganzen Kürbisse Fällt mir gerade auf Ich habe die ganze Zeit im Inventar Verdammt, das vergammelt gerade Ich trage aber auch gleich Ich trage aber auch gleich Geiler Scheiß weiß geiler scheiß tun diesmals schiss und noch einmal ist aber das heißt wir können auch wieder auch die wasser also wieder was anfangen ja 6 bis 7 glücklich dass wir jetzt die sprengler selbst jetzt ist meine kanne trotzdem noch zweimal leer weiß das recht heftig man braucht aber nur eingeladen oder ja ein goldbarren für den sprengler also darf ich meinen stein cd nein da kommt hünde hin was macht was die hühner glücklich eines krabbelt immer wieder nach ganz unten das ist eine hähnchen vorrumpeln oh alter penner Lalalalalala Ich hab die Süfkartoffel immer noch nicht abgegeben Echt nicht? Boah, dann sieh mal zu, da bin ich ja glücklich Was sagtest du, wie viele Dinger? 3 Plätze, wir haben 7 Ich hab grad nachgezählt Wer ist denn Caroline eigentlich? Achja, das war aber keine Süßkartoffel, das war ein Kürbis So eine grünhaarige, okay Ja genau, das war... Ist das nicht die Mutter von... Keine Schwester, ne... Achso, die Mutter von Harry beerdet Ne, die Mutter von... Abigail... So... Da gibt's nicht dazu noch... Wie sie sagt nämlich auch, Abigail wird so fröhlich sein Wenn sie den kriegt Genau, deswegen gibt's nämlich auch... Alter, die kommt mir ja gleich entgegen Oh, der Kürbis, der kommt, der hat glücklich mal Abigail wird so glücklich sein, weil sie lieben sie Ja, ich freu mich schon, wenn ich Abigail das nächste Mal seh Haha Kürbisschnitzen, fertig 500 Volt Eiger, insgesamt 3.000 Volt gemacht Geil Oh, ich hab die Majorisse Danke Aber so wie der Muschi ausschlappern willst du Ey, Abigail, hier Ich liebe das Zeug sehr ernsthaft Was? 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 So, dann die, äh, äh, Süßkartoffel mal Alle Wegpacken Da ist ja wieder ein Bündel komplett rein theoretisch, ne? Ich weiß nicht Ja, rein theoretisch haben wir doch alles für den Herbst abgegeben Weiß ich nicht Nutz-Balanzen-Qualität Scheiße, die 5, äh, Kürbis hab ich noch nicht, äh, abgegeben Kein Problem Papa kommt Papa kommt Okay, 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 okay Süßkartoffel und ein Kürbis Ah, gut Einen Kürbis hab ich aber noch hier Bündel komplett So, 5 goldene, ähm Ein Bienenhaus Oh, perfekt Na geil, ein zweites, hau rein, ey Wir haben ja, wir hast jetzt schon blieben sie da Was ist denn? Noch nix Hast du ja eine Treppe aus? Hallo! Alter Was für Abigail hat das Bienenhaus in der Löse gesteckt Alter Er steckt alles rein Ich bin Hulk Ich bin Hulk Le Bündel komplett Le Güm, äh, Le Bündel Und Einmachgefäß, ja geil Ja geil Noch eins, cool Ah, jetzt haben wir zwei Gebäude noch Was brauchen wir jetzt noch? Wir Honig haben wir schon Gelee haben wir auch Ähm, Trüffel Ja, wir brauchen Käse oder Ziegenkäse halt Oder Stoff Ach nicht, Stoff hast du abgegeben Das heißt wir brauchen Kirchenapfel Aprikose Äh, Granatapfel Oder Orange Dann hätten wir das ganze Ding voll Dann haben wir das Gewächshaus Oh, stimmt Ja Also viel brauchen wir nicht mehr Weil wir brauchen halt, äh, dieses ganze, ähm Nicht leicht zu kriegende Zeug, leider Klatsch hier gleich mal ne Markirolle ins Gesicht Markirolle 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 Marki, Marki, Markirolle 31, äh, äh Äh, Fackeln haben wir mittlerweile 30 Mark Qualitätsdünger gekriegt Weil ich den Fünftausender bezahlt habe Oh Fünf, oh ja Ja, das müssen wir auch mal schnell machen, ne Ich weiß gar nicht, was für eine Belohnung haben wir Äh, ich guck nochmal, was für eine Belohnung kriegen wir dafür Ich glaube, ich glaube, nix hochseitiges, oder? 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 Ach, den Bus bestimmt Bus? Ach ja, stimmt Ja, die Busreparatur, ja Ja Das ist sogar wichtig Das brauchen wir, um, äh, weiterzukommen Mhm Wahnsinn, dass dir das einfach so auffällt, echt, ey Ist echt aber Das wir das brauchen Alter Wollen wir da Müll wühlen, konnte aber nicht Das nervt mich Schön Müll gammeln Müll So, ich pack jetzt das an Alter, ich hab'n viel geileren Dildo hier Komm her, hier Wen kannst du Abigail schenken? Komm zu dir Wo bist du? Da Barz, Alter Meiner ist dicker Mist Scheiße, wo soll ich das Ding mehr hinstellen, ne? Oh Das tut mir leid Soll ich aus dem ganzen Gold auch die, ähm, die Dinger schon herstellen? Die Qualitätspimmeldinger, ja, ne? Kannst du machen Ich weiß Ja gut, äh, für, für, ähm Acht Stück kann ich machen Für, ähm, für die, äh, naja Qualitätspimmeldinger Boah, Alter, was war das denn? Ich mach' jetzt acht, ehrlich Naja Weil wir die so oder so brauchen, deswegen Da fuck machst du wieder für'n Shit hier, Alter Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Das ist ja gut, drei gegen Scheißkatze Äh, vier, fünf Ach, warte mal Ne, das ist ja völliger Quatsch, was ich hier mache Drei ist ja immer ein, ein, so'n, Sprinkler Ja, drei breit Dreimal drei rufen, denke ich Genau Gibt es nicht auch noch bessere Sprinkler? Ja Ja, aber die sind teuer Mit Iridium und einer Batterie, die hab' ich noch nie gehabt Dauert da nur einen, glaub' ich mal, weil man ein Geschenk kriegt oder so Ich weiß das gar nicht Das kann sein Wann können wir große Felder machen? Ah, hey What denn? Ich hole hier die Felder, Alter Hm Oh, da lass' ich... Kann man jetzt eigentlich die Fackeln da drauf packen? Leider nicht Ist nicht, nicht wie bei Minecraft Schade Hm, Harry Schade, schade, schade Hast du dir gerade die Zähne geputzt? Ja Mach das auch mal weiter Hä? Achso, ne Ich hab' mich gekratzt Alter Ich kratze, dass ich die Eier hier live im Let's Play oder so Live und direkt So So Hm 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 Da Ja, genau Ach, das bringt ja gar nichts Oder willst du noch was anpflanzen? Hier Nee, 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 nee Hast du's schon mal hinzuschauen? Dann können wir wissen wir, dass wir... Nee, warte mal, weißt du was? Die reiß ich wieder ab. Weil die sind zu... Machen wir dann hier nochmal die Dreier rein. Das mit den Fackeln stört mich gerade ein bisschen. Dass die da nicht reinpassen. Warte, wir sind hier nicht bei der Hottetotte. Doch. Kannst auch mal... Das kann doch nicht die Duftnäcke sein. Boah, das riecht so nach Blumen, ey. Das ist ja schon fast übel, als wenn ich in so einem perfekten Blumenladen wohne. Boah, heftig, ey. Ja, jetzt auch Feierabend. Ein Uhr, Alter. Na gut. Ja, Paul Gäser sind so zu Ende. Na, stimmt. Gucken, was abgeht. So, Obersage. Alter, weißt du wie behindert das ist, dass ich jetzt wieder den Zaunhaus so richtig kacke gemacht habe. Ich laufe aus dem Haus raus und laufe genau gegen den Zaunhaus. Müssen wir vielleicht irgendwie anders machen. Nee, das bleibt so. Ja. Oder wollen wir einen Zweierweg draus machen? Keine Ahnung, mal gucken. Das können wir natürlich auch noch machen. Es ist nix gewachsen. Jetzt macht er aber jetzt noch weiter. Doch, die, ähm. Auch hier, ähm, die Wein drauf. Da machen wir schön Wein draus. So. Es ist wirklich... Es ist ja wenigstens... Kein... Oh, kein Honig. Na gut, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum Haus. Bis zum Haus. Bis zum Haus.